Willkommen zurück bei was wir und falls ihr es nicht gesehen habt XOXO will hier herkommen in dieses Hauptbahnhof Hier her Mann, was sollen wir denn jetzt machen? Wir haben zwei Möglichkeiten. Erstens, wir verstecken uns, was wir mal niemals tun werden, oder? Verstecken oder was? Oder zweitens, wir stellen dir eine richtig krasse Falle, wie bei Kevin allein zu Haus. Pass auf, auf jeden Fall werden wir uns nicht zerstecken vor XOXO. Und weil wir euch nicht berücksichtigen haben, werden wir eine richtig krasse Falle für sie stellen, oder? Nicht nur eine, wir werden mehrere Fallen für XOXO vorbereiten. Deswegen lasst uns mal einen fetten Daumen da und einen riesen, riesen Applaus. Jawoll Leute, Mann, so feiern wir das mal. Das ist krass. Erinnerst du dich noch an die Folgen, wo wir Phantom der Falle gestellt haben? Oh ja, nicht nur eine, es waren mehrere Fallen und alle Fallen waren besonders sehr, sehr gut ausgedacht. Und diese Fallen haben funktioniert damals. Phantom hat sich so richtig, richtig aufgeregt. Phantom ist abgehauen danach. Der hat geweint fast. Das müssen wir auch jetzt wieder schaffen, dass XOXO jetzt hierher kommt und dass sie wieder abhaut. Und wir wissen, dass sie kommt. Genau, aber wir wissen nicht, wann sie kommt, Mann, Flexi. Deswegen müssen wir uns beeilen. Wir müssen jetzt die Fallen vorbereiten. Und ihr seid dabei. Und ihr seid dabei. Und schaut alles eins zu eins mit uns zu. Kleine GoPros auf. Wenn wir die GoPros aufgestellt haben, dann warten wir unten im Keller in unserer Zentrale. Schaut in die Kameras rein. Wartet, bis sie kommt, Mann. Weil wir wissen, dass sie kommt. Ihr wisst, dass sie kommt. Und deshalb bleibt ihr auf jeden Fall die ganze Folge lang dran. Ihr müsst unbedingt sehen, wie XOXO sich zu Affen macht, Flexi. Deswegen, let's go. Wir bauen auf. Let's go. Unsere erste Falle.